Und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars. Ja, ihr habt es richtig gehört, ich sag mal wieder Skywars. Weil, äh, Rage Mode bei mir immer noch nicht geht. Also, ja. Eisen, Gold, was haben wir noch schon, das hier, da haben wir eine Brust, Kopf haben wir, Füße fehlen noch, Eisenstiefel, da. Leder brauchen wir nicht, Ketten brauchen wir nicht, haben wir alles, das Schwert brauchen wir nicht, Spitzhacke, ne, brauchen wir auch nicht, ne, scheiße, wir können keine Dias abbauen, na egal, dazu heißt, wofür brauchen wir Dias, obwohl wir könnten ja, ne, das war zu lang, erst Eisen abbauen, dann brennen und dann, äh, vielleicht gibt es da noch eine Kiste hier irgendwo, Tja, das gibt es doch wohl nicht. Ah, gleich mit einer Enderperle rübergepaut, die Schweine. Das können sie doch nicht mit mir machen. Mensch. Ja, ich zocke mal wieder hier eine Runde, ich zocke hier mal wieder eine Runde Skywars. Ach, wann, gib ich den Tee ein. Ich habe eine Runde Skywars gezaukt, weil, ähm, die Dinge im Server noch nicht frei sind bei mir, die Rage-Mode-Server. Das geht doch nicht, guck mal, wie schnell die mal voll sind, zack. Und jetzt bin ich gleich drin, jetzt werde ich gleich gekickt, von wegen, weil ein Premium-Account-Spieler die Runde mitspielen möchte. Das geht schon die ganze Zeit so. Ja, da sind wir in einer Schweinerei. Mir wurde gesagt, von wegen, ich rede ein bisschen wenig, wenn ich spiele. Okay. Da würde ich mal sagen, das stimmt. Weil, wenn ich spiele, ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren. Damit ich noch schneller sterbe. Ähm. Ja, deswegen rede ich immer ein bisschen wenig, wenn ich spiele. Sorry. Ich probiere ein bisschen mehr zu reden. Ähm, da ich ja sowieso immer verliere, macht es auch keinen Unterschied, ob ich jetzt verliere, während ich mich konzentriere, oder ob ich verliere, werde ich mich nicht konzentrieren. Oh, es geht los. Ich probiere mal was aus. So geht das Einsammeln, glaube ich, ein bisschen schneller. Hehe. Okay. So. Haben wir eine Spitzhacke? Eine Eisenspitzhacke? Ne, haben wir nicht. Dann. Setze ich. Das erstmal dahin. Damit ich mich jetzt in Ruhe erstmal ausrüsten kann. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Ne, das war's. Das holzschwert. So, das haben wir schon mal genommen. Hier so, ne. Okay, das brauchen wir nicht. Goldhelm. So besser wie der andere. Dann nehmen wir doch den. Spitzhacke brauchen wir nicht. 3. 6,5. Hm. Aber das brauchen wir eigentlich auch nicht. Mit den Schuh an. Hab ich. So. Kann er vorbei? Ne, kann nicht. Gut. Ähm. Ja. Das, das, das. Kompass. Brauche ich eigentlich nur einen. Okay. Und packen wir den weg. Ah. Dadadadadad. Futter, Futter. Stäbe. Ah. Kann mir eine Eisenschaufel machen. Haha. Aber wir brauchen eine Eisenschaufel. Äh. Okay. Feierstein brauche ich auch nicht. Ich habe keinen TNT. Ich glaube, das war eine gute Idee von mir. Aber eine schlechte Umsetzung. Das brauche ich auch nicht. So. Dann schauen wir mal. Wo ist denn hier was in Ambos? What? Okay. Also. Okay. So, komm runter. Wo ist das denn? Hat das Schiss oder was? Was klopft hier irgendwo? Erdlava? Okay, aber jetzt weiß ich wie ich schnell die Sachen aufhebe, indem ich eigentlich einfach die Truhe kaputt haue. Ganz einfache Sache, lol. Oh, ich bin noch ein bisschen leicht erkältet, ach, jetzt geht das mit den L, schön, schön, schön. Geht Rage-Mod jetzt? Nee. Geh mal wieder in Skywars rein. Ich habe mich ja langsam schon an das Skywars gewöhnt, ah, Mist, zu spät. Da ist einer frei, ah, Mist, zu spät, da, da, ey, ach, Menno, ne, das leckt hier wieder rum. Da. Entschuldigung, was soll denn diese Kacke hier? Geh doch rein. Was soll denn das hier? Okay, da war ich so langsam. Da. Okay. In welches Team gehen wir rein? Team 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, wir sind Team 8. So. Jetzt kann ich ja gar nicht die Kissen abbauen. Dann kriegen die ja nichts mehr. Na egal. Ich wurde wieder gekickt. Weil ein anderer Spieler Prämier kommt, Teammitglied oder ein YouTuber ist. Das gibt es doch nicht. Das nervt mich ein bisschen hier bei den Server. Ich glaube ich probiere nächstes Mal wieder Dinge zu spielen. Ähm. Sag mal schnell. Klicket. Das gefiel mir ja auch. Weil ich verstanden hab wie das geht. Nach wie viel mal spielen? Nach fünf mal? Vier mal? Ja. Ja. Ich hab ihn überholt. Auf jeden Fall spiel ich kein Jump League. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Eigentlich wollte ich auch kein Sky Wars und ähm. Red Wars spielen. Weil. Weil. Ich in diesen Spielen richtig lame bin. Mit den Crofting und so. Da bin ich noch nicht so schnell. Oh. Das möchte ich mitnehmen und mir auf den Server packen. Ja. Deswegen. Spiel ich lieber. Und ich nehme ein Crofter mit. Zack. Jetzt gehen wir hier runter. Geh runter da. Der soll runter gehen. Hallo. So. Oh. So. 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 Und jetzt rüsten wir uns erstmal aus hier. Leder. 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 Oh. Da haben wir eine Hose. Keine Schuhe. Das kann doch nicht sein. Und hier haben wir eine Goldhose. Oh. Ich bin richtig goldig. Goldschwert 5. Holzschwert ist besser wie das Goldschwert. Okay. Oh. Ich habe einen gekillt. Mein erster kill. das kann doch nicht wahr sein Oh der hat sogar einen Diahelm gehabt, finde ich immer richtig nice 6,5er Holzschuhe ist besser Es sind da noch eine Eisenbrust, cool Goldschuhe Warum wartet einer auf mich? Ist das nicht nett? Gut, gelb ist doch noch nicht vorbei, oder? Okay Huh 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 Oh, okay. Das kann man vielleicht gebrauchen. Was soll ich machen? Ach, ich wollte mir eine Spitzhacke hauen, bauen, hauen. Okay. Aber ich habe einen gekillt, ist das nicht schön. Mein erster Kill in dieser Runde. Ha, ich freue mich. Ja, da, Kill 1, Starter-Kid. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie ich das spiele. Ich baue mich erstmal unten in der Maschinen ein. Ja. Wieder bei dem. Da ist einer. Schauen wir mal, was der hier macht. Da kann man doch irgendwie mal hinfliegen. Teleport, so, zack. Mann, Danik und Kothos. Turbis. Also da ist der eine. Und da hinten ist der andere. Und, und, und. Und, äh, ja. Wo ist dann der andere? Warte mal. Fliegen wir mal einfach hin. Hier war. Er war hier. Ich kann die Namen nicht lesen. Ah. Der Rix. Das ist der hier. Ach, und die werden stehen hier vor einem Kampf. Boing. Trampolin. Ich benutze dich als Trampolin. Hallo, der ist schon lange weitergelaufen. Ach, das wird schon wieder so eine ewig lange Runde. Wo alle immer voneinander wegrennen. Na gut. Dann mach ich hier erstmal Schluss. Sonst wird die Folge wieder zu lang. Ich wünsche euch zum nächsten Mal viel Spaß. Und auf Wiederhören. Tschüss.